Hallo Anna, übernimmt Lässig Verantwortung? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass wir als Unternehmen einen Teil unseres Erfolgs abgeben, indem wir uns für soziale Projekte engagieren, im Bereich für Kinder und Familien, zum Wohl der Tiere, aber auch für den Natur- und Klimaschutz. So übernehmen wir bei Lässig Verantwortung.